Also, unsere Glücksfäne sind da. Jetzt geht es dann gleich los mit der Verlosung, unserem Weihnachtsgewinnspiel. Hast du es gescheit zugemacht. Jawohl, dann drehen wir mal, dass es einmal die ganzen da drinnen umeinander hat. Mämmas Handy. Ja, ist der Mämmas Handy, da hast du recht. Jetzt, gut. Stoppen wir mal, dann machen wir mal auf und dürfen mal Johannes einmal eins raus. Nein, nein! Ja, das kannst du schon selber aufmachen, wie wir es hören. Oder auch nicht. Jetzt, so geht es. Jetzt tun wir mal eins raus. Aber nur eins. So, genau wieder zumachen, dass das alles passt. Und dann machst du einmal den Siedlchen. Klapp einmal den Siedlchen auf. Zeigen wir ihn einmal. Andersherum. Die Frau Fritz hat schon einmal gewonnen. Dann machen wir weiter. Anni. Ja, der Anni muss jetzt ein wenig auf die Seite gehen, Johannes. Und dann schauen wir weiter. Leider. Genau, weiter geht. Tun wir das hier herlegen. Oder kaltest du? Nein, tun wir herlegen. Und dann nichts hier verlieren. Danke. Was ist das? Papa darf man jetzt zehnmal? Zehnmal insgesamt haben wir heute. Der Herr Schlemmer Konrad. Der Herr Schlemmer Konrad hat gewonnen. Pass auf, gib her. Legen wir auf die Seite. Dann wieder rein. Okay. Johannes, kommst du? Ja. Willst du noch mit uns raus, Johannes? Ja. Gib mir deine Würstchen, die du gerade kochst. Wir haben die dabei noch einmal auf die Seite. Oh, nein. Schauen wir mal an. Einmal machen. Bist du da auch dabei? Nein, das... Ja, weil ich da nicht gewinnen darf. Um dran. Oh, nochmal um dran. Trostbauer Melanie. Dann geht's gleich wieder weiter. Also, drei von zehn haben wir schon. So, jetzt kommt der Niklas, der war ein wenig aufs Gewinner-Video. Hallo. Hallo erstmal. Wie geht's weiter? No. Dreimal nochmal andersrum. No, ist richtig. Hallo. Hallo. Der Hirsch Leonhardt, der Cousin, hat auch was gewonnen. Jawohl. Der Mann, die sind bei uns nicht ausgeschlossen. Ich bin der Papa. Ich bin der Papa. Genau. Kannst du deine Würstchen weiter machen? Ander Mama. Kannst du deine Würstchen weiter machen? Ander Mama. Kannst du deine Würstchen weiter machen? Ja, jetzt schauen wir mal. Genau, machen wir auf. Und dann schmeißt die Lose, die Womot auf der Stange, hängen auch mal wieder ab. Ihr dürft ihr auch mal eins nehmen. Vielleicht wartet da einer direkt drauf. Der hat sich da aufgehängt. Noch einmal der Herr Schlemmer. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das in unsere Regeln geht, dass wir zweimal was kriegen. Das müssen wir noch lernen. Aber er hat ja auch drei Autos. Und alle drei Autos oder so geändert, dass sie keine Werkstattbindung haben und dass alles passt. Schauen wir mal, wie wir das machen. Jawohl. Jetzt wieder weiter. Jetzt wieder weiter. Ja. Jawohl. Okay. Okay.